Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Fußball for Fans. Ja, heute müsst ihr Spiele aus der 1. und 2. Bundesliga erraten. Allerdings nur am Gesicht. Wie viele Fußballer kannst du erraten? Dann viel Spaß mit dem Fußballquiz. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, liebe Fußballfreunde, wie viele Bundesligaspieler konntest du erraten? Schreib es in die Kommentare. Hat dir das Fußballquiz Spaß gemacht? Dann danke ich dir für ein Like und ich danke dir für ein Abo für Fußball for Fans. Verpasst auch den nächsten Mal meine anderen Fußballquiz-Videos nicht. Bis dann. Frohe Frohes dann. Frohe und bis zum nächsten Mal.